Ja wie gesagt heute mit so einer bisschen besseren Folge, wir sind... Was? Alter! So, damit begrüße ich euch wieder hier zurück zu einer neuen Folge von Board of Tanks hier auf meinem Windows-Stream-Kanal. Wir sind heute mit dem Englindau XX und das ist meine Hass-Map, weil man hier relativ schnell stirbt. Beziehungsweise habe ich es immer geschafft gehabt, hier relativ schnell zu sterben. Deswegen mag ich die Map allgemein nicht. Wir müssen uns jetzt mal vielleicht eine gute Abwehr suchen. Ah, komm. Scheinwandleister. Äh, ja, wir kommen wieder hier zurück. Heute ein bisschen, äh, sind wir konzentrierter als sonst. Wir versuchen jetzt jedenfalls ein bisschen konzentrierter zu sein als sonst. Ähm, letztes Mal war es ja so eine 0 auf 15 Folge, die wollte ich aber trotzdem hochladen, weil man ja auch... So finde ich. Auch die schlechten Sachen auf YouTube mal zeigen soll und nicht nur die guten Sachen. Gut, okay, hier konnte ich nicht hoch. Also, der hat ihn gleich. Ich weiß, dass du da hinten bist, du scheiße Kinder. Kollege. Geht da. So läuft es ab, Leute. So läuft es im Krieg ab. Und da hinten ist noch einer. Mist. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut. Wir machen die Fünferheile. Nice, Leute. Alter, das war mein Durchschuss. So läuft es ab. Ja, wie gesagt, heute in so einer bisschen besseren Folge. Okay, wir sind. Was? Alter. Es ist zwar nur noch ein Gegner. Wir haben zwei gekillt. Okay. Aber der ist auch gleich schnell tot. Ja. Legen wir los. So ist auch mein Kampfspruch für heute. Denn wir sind mit dem AT1 von den Russen noch unterwegs. In der gleichen Folge, wie wir die letzte Runde auch geschafft haben. Ganz locker und flockig vom Hocker. Wir versuchen uns mal ein bisschen ranzuhalten an diese Leute hier. Wir sind nicht schneller als Russen. Das steht fest. Und da hinten kommen schon die Ersten. Wir haben 80 normale Kalibers. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Was für eine Schlagskraft oder sowas die haben. Da habe ich da jetzt nicht drauf geguckt. Ich habe keine andere Modulation mitgenommen. Weil die kostet ja etwas. Das hätte ja klappen können. Alles klar. Also der Russ ist schon mal langsam. Merkt mir jetzt das mal. Also ich würde mal sagen, ich will was versuchen zu machen. Aber ich kriege nichts hin. Ich bin ja... Guck mal wo ich stehe. Ich bin ja noch am Anfang der Runde. Ach du Scheiß. Ich habe Angst. Ich würde mal sagen, die Runde verlieren wir locker Hocker. Ich habe nichts gesagt, Leute. Aber ich glaube mal, die zwei Runden haben schon gereicht. Ich würde mal sagen, wenn ich da ganz weit gefallen habe. Wenn ich da unten schreibe, dann kommt darauf, wenn man davon sehen wollte, auch nicht. Wir haben jetzt hier gerade nichts geschafft. Die Runde davor war schon viel, viel besser, würde ich sagen. Ich würde sagen, man muss sich natürlich so verstecken wie der hier. Das ist am besten. Man sieht ihn auch relativ schlecht da durch die Tarnung. Aber das ist schon okay. Wie gesagt, ich würde mal sagen, wenn euch das ganz gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da schreibt mir in die Kommentare. Aber natürlich mehr davon sehen wir, dass auch nicht in einem Cha-Cha sagt allmen sie. Da schreibt mir in die Kommentare.